So, und damit wieder eine neue Runde. Und diesmal haben wir eindeutig das größere Team. Vielleicht schaffen wir es ja diesmal zu gewinnen. Scheinbar gab es sogar schon eine Runde, die wir gewonnen haben. Aber ich bin gerade erst gejoint, deswegen kann ich das nicht so genau beurteilen, wie das abgelaufen ist. Jedenfalls, wenn das so bleibt, wird das mega unfair für die Gegner, aber egal. Habe ich jetzt Bock drauf, nach so vielen verlorenen Runden, einfach mal wieder eine zu gewinnen. Weißt du, das kann ich mir jetzt echt geben. So, okay, das war ein topgerader Schuss nach oben. Was mache ich denn hier? Ja, Raketenspringen will schon gelernt sein. So, bin ich überhaupt auf der richtigen Seite? Ja doch, ich denke schon, unser Team spawned, kämmt einfach nur. Alles klar. Hallo Mr. Sniper, als ob ich sie nicht gesehen hätte. Wo ist er denn jetzt hin? Jetzt ist er irgendwie unsichtbar, keine Ahnung. So. Ein paar Easy Kills hier gegrabt. Die waren wirklich easy. Hä, wo ist denn der Typ hin? Das ist bestimmt eine Etage über uns, wa? Ja, ich hab dich auch gesehen, Mr. Sniper. Kein Grund, so aggressiv zu werden. Ah, Mr. Medic ist da. Und das kam unerwartet. Der Medic hat mich gekillt. Hätte ich nicht gedacht. Aber Props an ihn. Props an Sie, Dr. Robert. Na, guck mal. Jetzt ist aber das Gegnerteam auch deutlich angewachsen. Schön. Ich find's so müssen die Runden sein, damit es Spaß machen. Verstehe eh nicht, warum es so viele Server gibt, die halb leer sind, anstatt dass man die dann zusammenmercht und die Spiele einfach auf einen Server packt. Ne, mach mal lieber zwei halbvolle Server. Verstehe ich nicht ganz, warum das so ist, aber okay. Na, dann komm halt her, Mr. Scout. Ja, so war das nicht gemeint. Ich sollte das nicht so wörtlich sagen. Weißt du, bei den Maps ist es immer schade. Ich entscheide mich dann, oh, jetzt wäre Angie eigentlich ganz cool, aber mit einer Minute lohnt es sich gar nicht mehr, als Angie anzufangen. Das ist immer traurig. Traurig an den King-of-the-Hills-Maps. Hills-Maps. Schade. Einmal auf den Sniper konzentriert. Und schon ist es blöd gelaufen. Mission endet in 30 Sekunden. Ah, sieh mal einer an. Das könnte für die Gegner was werden. Das wäre die perfekte Gelegenheit gewesen, jetzt für einen Pyro von da oben runter zu droppen und einfach Chaos zu stiften. Ich hoffe, das ist kein Spy. Sieht spontan nicht danach aus. Wie viele Spice sind hier denn? Das ist ja unfassbar. Oh, cool mit der halbtransparenten Feuertextur. Ja, gut. Ich gehe mal davon aus, dass die Runde gewonnen ist. Jetzt nichts allzu schweres. Hallo, Mr. Spy. Der ist doch nicht wirklich gestorben jetzt. Nee, ist er nicht. Wo ist denn der jetzt? Da hinten ist er. Siehst du? Es sah nämlich auch nicht so aus, als ob er gestorben ist. Und wenn man sich die Statistik anguckt und weiß, wie viele Kills man vorher hatte, kann man das auch immer ganz gut sehen. So. Jetzt muss nur noch einer von da oben kommen, wa? Nee, Glück gehabt. Glück gehabt, dass es nicht so war. So, erstmal hier wegkritten. Schade, dass die Runde schon vorbei ist. Habe ich jetzt Bock auf mehr gehabt. Vielleicht nehme ich die nächste auch noch direkt mit. Eigentlich hätte ich ja Bock auf Lakeside, muss ich zugeben. Gleichstand. Komm schon, Lakeside. Nein, ich will Lakeside. Nehmt Lakeside, Leute. Es ist erstaunlich, wie viele Low-Level-Leute es hier gibt. Fällt mir immer wieder auf auf den Servern. Es gibt ganz viele, die noch unter Level 25 sind. Und auch ziemlich viele, die erst unter Level 5 sind. Das finde ich erstaunlich, dass es so viele Newcomer gibt. Und dass ich mit denen zusammengewürfelt werde. Das ist eigentlich auch nicht so geil fürs Matchmaking. Ich verstehe nicht ganz, warum es so ist. Aber wahrscheinlich gibt es nicht genug Leute auf meinem Level. Das ist ja klar. Wer hat schon mein Level? Nee, aber Spaß beiseite. Verstehe ich nicht ganz, warum man die Newbies mit Leuten wie mir zusammenwürfelt. Außer es gibt wirklich sowas wie, dass die sich die aktuelle Statistik angucken und sehen, okay, der Mr. Hazelboot ist gerade ziemlich schlecht. Der benimmt sich wie ein Level 5er. Dann packen wir den mit Level 5ern zusammen. Kann natürlich sein. Aber das weiß ich nicht. Ich überlege gerade, wird es sich lohnen, als N.G. zu spielen. Auf der anderen Seite bin ich halt mega schlecht als N.G. Habe ich irgendwo was, womit ich die Mini-Centries machen kann? Ja, das hier. Ich glaube, mit dem Set habe ich zwar so gut wie nie gespielt. Aber eigentlich kann ich das ja mal probieren. Ich spiele wirklich so gut wie nie mit einer Mini-Centry. Aber vielleicht habe ich ja diesmal Glück. Oder können. Können wäre doch cooler. So. Oh nee, da hinten ist ein Pyro. Das gefällt mir schon nicht. Natürlich trifft er mich instant. Komm schon, bevor der Pyro da ist, bitte. Hä? Habe ich jetzt keine Muni mehr? Scheinbar habe ich keine Muni mehr für meine Hauptknarre. Bleib ruhig da stehen, Mr. Pyro. Oh, Mr. Spy. Ist okay, Mr. Spy. Ja, gut. Also wie gesagt, ich habe so gut wie nie damit gespielt. Muss erstmal klarkommen drauf. Aber zumindest habe ich einen Kill damit geschafft. Das ist ja schon mal was. Kann ich stolz auf mich sein. Ich werde mal die Pistole nehmen. Einfach aus dem Grund, dass die mir hoffentlich nicht die Muni klaut. Ja, ist okay, Mr. Spy. Ich dachte schon, er wollte mich verarschen. Alles klar. So, ein Dispenser wäre hier auch noch ganz nice. So, hallo Mr. Spy, was geht denn? Ach, jetzt kommt natürlich auch noch ein Pyro. Ach, das ist doch zum Kötzeln. Na gut, vielleicht verwerfe ich die Idee erstmal. Ich hätte nämlich auch Lust zu gewinnen. Ausnahmsweise. Okay. Kein Spy, na gut. Hat sich auffällig verhalten. Okay. So, jetzt habe ich nur Angst, dass hier oben wieder irgendwer rumstreunert. Beispielsweise ein Spy, der meine schöne Mini-Sentry kaputt machen würde. Bis jetzt ist alles relativ cheesy. Okay. Ich stelle mich einfach mal hier hin. So, hoffe nur, dass hier keiner von hinten kommt. Der könnte mich nämlich gut drankriegen. Muss ich auch und zu mal checken. Okay, der hat mich aber zum Glück nicht so richtig bemerkt. Fuck, wo ist denn der jetzt hin? Oh, okay. Hier findet er mich nie. Hoffe ich. Scheiße, da findet mich aber der Heavy. Na gut. Heavy könnte man halt theoretisch auch mal sein. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gezeigt habe, dass ich ja diese coole, äh, okay, was auch immer er macht, dass ich diese coole Kanone habe, die Feuer macht. Ich bin nicht gut damit, aber ich bin halt generell nicht gut als Heavy. So, Medic wäre geil oder Leute, die den Kontrollpunkt defenden. Das könnte ein Spy gewesen sein, bin mir unsicher. Das war auf jeden Fall einer, bin ich mir ziemlich sicher. Den Weg gehe ich halt auch fast nie. Aber ist ja auch logisch, irgendwie die Hauptaction spielt sich woanders ab. Ist das da wieder ein Spyder-Sniper? Das kam mir so ein bisschen so vor. Ich hasse es, ich hasse es. Ah. Vier könnte er eigentlich nicht mehr gehabt haben. Also der, den ich so gut getroffen habe, der Scout, glaube ich. Weißt du, wenn wir jetzt ein Heavy haben, dann bin ich mal ganz mutig und gehe als, als Medic, okay. Hat viel gebracht. Ja, komm halt her, was willst du? What the fuck, wie hat der mich denn jetzt gebackstabt? Warum habe ich ihm den Rücken gekehrt? Es ist mir nicht mal aufgefallen, dass ich das getan habe. Ich hasse diese super-skilligen Spies, gegen die man eigentlich nichts machen kann, weil sie einen irgendwie von vorne backstabben können. Wie auch immer sie das schaffen. Die scheiß Skiller. Ah. War ein Versuch wer? Das hat sich gerade so angeboten. Naja. So, da ist ein Heavy, den habe ich gesehen. Ah, komm halt her. So. 5, 4, 3, 2, 1. Es muss nur noch dieser scheiß Heavy von unserer Seite gehen. Nein. Ach, zum Teufel. Können wir das noch schaffen, please? Mr. Russian Spy, could you capture? Ach, was soll das denn? Es waren noch Leute von uns beim CP. Warum haben die denn nicht gecapped, Schott? Hier werden sie mich niemals finden. Nein, nein, du wirst mich niemals finden. Ach. Na komm, nehmen wir nochmal den Medic. Der gute Medic. Wer ist denn Bester eigentlich? Äh, Osama bin Hitler. Also zumindest von, von den Leuten, die ich als Medic heilen will. Spy gehört nicht dazu. Wo ist denn der Typ? Ach. Nie findet man die Leute, die man finden will. Ich würde mich gerne hier halten. Leute, da sind Spy. Ja, wenn keiner capturen will, dann muss ich es wohl wieder anfangen. Ich bin ja immer ziemlich risky, ich weiß. Ah, wo sind denn alle? Okay. So, ich habe auch die Überladung. Das ist ganz nice. Also wer Überladung möchte, darf jetzt einmal vorrennen. Äh. Ich halte erstmal ihn, bevor er mir hier wegstirbt. Shit. Shit, 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 shit. Ich bin in solchen Stresssituationen nicht der beste Medic. Was, was willst du denn eigentlich? Ja, bevor der mich wieder von vorne backsteppt, da kannst du aber wissen, dass ich das nicht, nicht will. Dann, äh, nimmt mich halt ein anderer. Und der schießt mich. Oh ne. Ne, als Scout kann ich mich eigentlich nur blamieren gerade. Können wir noch einen Soldaten bekommen? Okay, ne Minute haben wir schon mal. Das ist doch eigentlich gar nicht so verkehrt. Jetzt versuche ich wieder von oben da rein zu stürmen. Und ich hoffe, dass die gerade das Capture noch aufhalten können. Das ist nur ein Typ. Come on, Leute. How hard can it be? Oh nein, der hat mich gesehen. Nö, habe ich keinen Bock drauf. Habe ich keinen Bock drauf. So, kommt jetzt bestimmt von oben, aber ist mir egal. Ah, ja. War mir dann doch nicht so egal. Schade eigentlich. Okay, Mr. Spy. Ach. Spy, Leute. So, ich gehe hier kein Risiko ein. So viele... Ich weiß gar nicht, eigentlich haben die gar nicht so viele Spys, aber die haben halt einen mega guten Spy. Das ist halt mega nervig. Okay. The fuck, der ist auch immer sauschnell unterwegs. Keine Ahnung, wo der immer herkommt. Okay, coole Geräusche unterwegs, aber... Alter, dieser Spy ist so krass, ne? Ich meine, ich finde es ja eigentlich ziemlich interessant, wie er so gut sein kann. Beneide ich ihn ja etwas drum. Wie sind die denn an mir vorbeigekommen, ohne dass ich sie bemerkt habe? Ist ja lustig. So, einen habe ich wirklich getötet, der andere war Pseudo-tot. Wahrscheinlich der COC, das war nämlich ein Spy, der ist jetzt nur Pseudo gestorben. Naja. Versuche ich mein Glück nochmal als Soldier von... Ich muss mich eigentlich verarschen. Was wollte er denn? Naja. Versuche mein Glück nochmal von oben. Ja, das ist nicht, wie ich oben definiert hätte. Erstmal halbtot, wenn ich hier ankomme. Das kann ja nur schief gehen. Jetzt will ich eigentlich erstmal ein bisschen heilen, bevor ich mich da hoch sprenge. So, jetzt kann ich es machen. So. Nur die letzten paar Sekunden noch absichern. Siehste, war schon gar nicht so verkehrt. Ta. Dankeschön. Yeah. Victory. So, das war Runde 1 von 2. Jetzt müssen wir die zweite auch noch gewinnen und dann... Dann bin ich zufrieden. Oh, wen haben wir denn da? Kann ich den treffen? Kann ich. So, ich lasse mich doch von niemandem dominieren. So, am Anfang versuchen wir unser Glück wieder mal als... ...als Medic. Er salutiert vor mir, aber ich salutiere nicht vor ihm. Wir müssen den Schwung nutzen, gerade als Erster dran zu kommen. 5, 4, 3, 2, 1. Kontrollpunkt erlaubt. Oh. Komm, Mr. Pyro. Ach, scheiße. So war das nicht geplant. Wo sind denn alle hin? Alle sind gestorben. Also zumindest das halbe Team. Ich glaube, jetzt bringt mir der Medic auch nichts mehr. Das kann ich dann als... ...Pyromane weitermachen. So. Da ist doch schon wieder... ...jemand, den ich nicht mag. Das ist ja unfassbar. Okay, erstmal den Sniper fast nicht bekommen. Ist okay, Spiel. Ist okay. Ach. Was auch sonst. Shit. Jetzt hatte ich gerade den Rückstoß aktiv. Sonst hätte ich den... ...den Soldier bestimmt besser bekommen. Aber es Captured noch wer. Das ist sehr gut. Oh, das... ...das gefällt mir sehr gut. Wenn ihr dann noch auf den Punkt gehen könntet zum Capturen. Wäre das noch besser. Lol. Ich glaube, das war der schlechteste Tod, den ich heute hatte. Ja. Okay. Jetzt können wir unser Glück tatsächlich mal als Scout versuchen. Sofern unsere Verteidigung immer noch so gut ist, wenn ich... ...wieder spawne. Ist sie das? Na, habe ich jetzt doch so meine Zweifel dran. Muss ich mir doch nochmal überlegen. Weil als Scout bin ich halt einfach nicht so gut. Und kann nicht so gut gegen... ...die ganzen Menschenmassen hier ankommen. Als Pyro geht das schon besser. Soll er natürlich wieder wissen, dass ich komme. Dass er mich natürlich insta-killt, wusste ich nicht. Na gut. Dann doch nochmal als Soldier. Oh, wir haben den Angie da. Das ist ja mal gut zu wissen. Auch wenn ich nicht verstehe, warum er das hier aufbaut. Das würde uns an anderer Stelle deutlich mehr bringen. Auch wenn es natürlich riskanter ist. Shit. Gut, ihn habe ich ja ganz vergessen. Oh, Halleluja. Glück, dass ich ihn gekriegt habe. Oh, ja, bitte. Ja, was? Der hat mich mit einer Rakete abgeschossen, die ich nicht mal geschossen habe, ey. So ein Scheiß. Ich habe gerade Ja-Ja gelesen bei dem einen. Wäre auch ein guter Name. Sehr gut. Dann bleibe ich jetzt erstmal hier oben. Hier kommt so schnell nämlich kein anderer hin. hoff' ich. Okay. Ich glaube, der eine Scout freut sich nicht besonders über mich. Okay, jetzt muss ich doch mal runter. Hier zu verteidigen. Okay. What the fuck? Oh. Ist ja crazy. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Aber okay. Oh, es ist echt knapp gerade. Da ist jetzt bald Gleichstand von den Zeiten her, aber... Die Gegner sind halt so gut. Spannendes Match. So soll es bitte öfter sein. Das ist gerade echt das, was ich sehen will. Ah, kann ich den mal treffen? Okay, er ist gestorben. Danke. Danke, Merkel. So. Okay. Schön, dich zu sehen. Ist der Demo. Puh. Ach, guck mal, wen wir da hinten haben. Das ist ja auch interessant. Einfach einen Angie, der da irgendwas bauen will. Ich hasse es. Ich treffe mich immer selber hier. Das war ich nicht, aber das war trotzdem blöd genug. Schick. Jetzt ist wahrscheinlich nochmal die Zeit von Pyro. Oh, jetzt wird's knapp. Vielleicht ist die Sentry da ja tatsächlich gar nicht so verkehrt. Können wir zumindest nicht gespawnt-camped werden. Nice try, Mr. Scout. Aber nicht mit mir. So, ich weiß, dass der Soldier noch hier ist. Aber es interessiert mich gerade einfach nicht. Okay, ihn habe ich. Ich bin mit Milch vollgesaut. Ach. Ja, es wird echt spannend. Fuck, 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 ey. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich muss einfach als Pyro weiterspielen. Ich kann mich aber versuchen, hier um ihn zu kümmern. Ja, okay. Gut, das könnte unsere Rettung sein oder nicht. Wir werden es erst noch erfahren. So, immer gelöscht. Nein, warum habe ich ihn nicht angezündet? Scheiße, und dann kommt Pyro. Nein, das ist auch noch der super gute Typ. Typ, der versaut uns doch jetzt alles. Nein, ich will das nicht. Okay. Das war zumindest ein guter Versuch von ihm. Ah, und unser Team ist wieder da. Können wir es noch schaffen? Mann, ey, ist gerade mega spannend. Ja. Puh, das war knapp. Aber das war echt GG, muss ich mal sagen. Das war echt nice. Hui, das war spannend. So, da haben wir doch letztendlich doch noch eine spannende Runde gehabt. Meine Güte. Cool, dann hoffe ich, dass ihr genauso viel Spaß hattet. Und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Meine Güte. Holly. Die Iím froh.